Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir immer wieder eine Cast Challenge. Und diese haben wir bereits schon mal gemacht. Das ist diese Rainbow Sim Challenge. Und ich sage, wir starten direkt rein. Ich freue mich so sehr, dass wir hier immer wieder sowas machen. Weil, I don't know. Ich habe das Ganze ein bisschen ernster genommen als letztes Mal. Das war eines der allerersten Sims Videos damals, die ich tatsächlich gemacht habe. Das, äh, ja. Ich werde es am Ende vom Video, denke ich mal, verlinken. Ich weiß nicht, wie ansehnlich das ist, weil es ist schon vier Jahre oder so her. Also, vielleicht sogar schon fünf. Ich weiß es nicht. Aber Ansehen auf eigene Gefahr dann auf jeden Fall. Aber ich freue mich so sehr, dass wir jetzt hier sind. Weil, ähm, ja. Ich mag solche Art Challenges halt einfach sehr, sehr gerne. Generell, der Greatest Sim ist ja mein Element, Leute. Ja, das wissen wir ja schon. Und, ja. Ich habe auch die Hautfarbe versucht, möglichst anzupassen. Obwohl das bei Lila am schwersten war. Aber ich habe alles versucht, was halt irgendwie ging. Das werdet ihr dann noch sehen. Aber ich habe vor allem Schwierigkeiten gehabt, eben, beim Outfit. Weil verschiedene Töne zusammenzufinden, die sich dann nicht beißen, ist schon hart manchmal. Also, ähm. Rot ja auch so feurig und so darstellt. Und ich dachte so, das ist vielleicht noch am ehesten das, was man vielleicht sehen würde, sag ich mal. Ähm, also ich finde es auf jeden Fall. Ich finde, sie ist sehr, sehr cool geworden. Ich finde, alle sind richtig cool geworden. Ich habe auch versucht, möglichst viel Diversität so mit reinzubringen. Weil man sieht halt immer nur überall diese Skinny Girls. Und ganz viele erstellen ja auch größtenteils solche Sims. Deswegen dachte ich so, haben wir dann auch mal jemanden. Also, ein Girl, was total sportlich ist. Also, halt so richtig muskelbepackt. Und ein Girl, was ein bisschen curvy ist und so. Und ich habe versucht, das so ein bisschen zu machen. Oder, dass es halt nicht immer nur diese Sanduhrformen sind. Das ist vielleicht auch mal so ein Haar oder so. Also, you know. Einfach, dass es halt mal ein bisschen Diversität gibt, was halt so die Körpertypen angeht. Also, ich finde das auf jeden Fall sehr wichtig auch. Dass man halt eben zeigt, dass das halt eben auch normal ist, sage ich mal. Also, es muss halt sein, ja. Weil durch Kleinigkeiten, indem man das halt eben in Sims erstellt oder so, überträgt man das ja auch. Weil wenn man das mehr sieht, dann nimmt man das halt mehr als normal wahr. Das ist ja einfach so, dass diese Menschen, die halt anders sind, in Anführungszeichen, oft Diskriminierung in irgendeiner Form erleben. Das ist voll ernst hier geworden gerade, hallo. Aber ja, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Deswegen, ich bin ja generell sehr offen, ja. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich ein Sim von Grund auf erstelle, ist es meistens so, dass es tatsächlich auch eher schlankere Sims sind. Und deswegen, ja, versuche ich jetzt halt auch mal ein bisschen außerhalb der Komfortzone zu sein. Obwohl ich halt, die Sims in meiner Legacy zum Beispiel, die sind ja auch immer einfach von den Genen gegeben. Und die sind halt auch alle ein anderer Körpertyp. Also dahingehend ist es schon, also mache ich das ja schon, sag ich mal. Nur es ist ja trotzdem was anderes, wenn man die halt von Grund auf halt dann doch nicht so macht. You know. Aber versucht jetzt auf jeden Fall mal, Sims mit Körpertypen zu erstellen, die ihr sonst nicht so erstellen würdet. Oh, Entschuldigung. Weil das ist tatsächlich auch mal eine Art Challenge, sag ich mal. Weil man das vielleicht anders machen würde, als wenn man sich das dann, also als sonst. Und es ist halt schon auch cool, mal neue Sachen zu probieren und nicht immer nur dasselbe. Also ich finde das immer sehr, sehr cool. Wenn ich quasi teilweise auch gezwungen bin, mal was Neues auszuprobieren. Also ich mag das gerne. Ähm, ja. Ja, ansonsten, normalerweise reden wir ja hier über Gott und die Welt, wenn wir hier in so einem Speed-Dings sind, ne. I don't know, ich habe gerade nichts zu erzählen. Deswegen erzähle ich jetzt nochmal zu Orange. Orange sind wir jetzt schon durch, da haben wir jetzt sagen, drüber gequatscht. Orange ist, ja, so ein bisschen schüchterner, würde ich sagen. Ja, also, I don't know, ich sehe sie als ein bisschen softy, ja. Und, ähm, Gelb habe ich versucht, dass sie so ein bisschen kindlich ist. I don't know, ich weiß nicht wieso, aber ich finde, also Orange, wie gesagt, gibt mir irgendwie so Vibes, dass es so ein eher introvertierter Sim ist. Ich weiß, ich kann auch gar nicht erklären, warum. Bei Gelb, I don't know, Gelb ist halt so eine lebensfrohe Farbe. Da dachte ich so, das ist halt so kindlich. I don't know. Bei Grün, wie habt ihr jetzt schon wahrscheinlich gesehen gerade, ist das ein, ist das halt diese Simmin, die eben sehr muskelverpackt ist. Ja, und dann habe ich auch versucht, ihr einen, in Anführungszeichen, maskulineren Stil zu geben. Ja, also, ne, gender-Klischee ist dies, das, ne, aber ich habe halt versucht, dass man eben, ja, dass sie halt nicht klischeehaft feminin aussieht, sag ich mal. Ähm, einfach eben durch Diversität und so. Einfach, ähm, weil ich bin da so durchgescrollt und mir ist erst mal aufgefallen, ähm, dass ganz viel einfach so komplett auf diese Klischees so reingeht, sag ich mal. Also, äh, vielleicht muss ich da auch nochmal ein bisschen aufstocken, damit ich vielleicht auch eher mal out of the box gehe, eben auch ohne solche Challenges, weil, I don't know, eigentlich würde ich es gerne mehr machen. Aber, ja, es ergibt sich natürlich nicht, wenn man halt gar nicht die Mittel dazu hat, ne, deswegen, ja. Ja, aber ich muss sowieso nochmal ein paar neue Sachen runterladen, weil ich habe schon gesehen, dass es die ersten Infant-CC-Teile gibt, die sehr, sehr süß sind übrigens. Deswegen, da muss ich dann leider auch was runterladen. Huch, ha, ha, ha. Es ist halt so, wie es ist, ne. Genau, dann haben wir hier blau. Aus ihr wollte ich eigentlich so ein bisschen so eine Eisprinzessin machen, aber irgendwie ist es nicht das geworden, was ich mir gewünscht habe. Also, sie ist trotzdem total schön und so, aber eigentlich, wie gesagt, wollte ich es so Eisprinzessin-mäßig machen, aber, ja, das ist es irgendwie dann doch nicht geworden, weil ich nicht das gefunden habe, was ich wollte. Ihr werdet mich jetzt gleich noch durch die Kleider und so durchscrollen sehen und ich werde die ganze Zeit irgendwelche Sachen angucken und mir denken, hm, ne. Aber letztendlich, das Passende war einfach nicht dabei. Und das war ein bisschen traurig, weil das wäre voll süß gewesen. Und, hm, aber irgendwie, also, weil ich wollte halt trotzdem, dass es so alltagstauglich ist. Es sollte jetzt nichts sein, was dann so komplett übertrieben ist eben. Und deswegen, ähm, ja. Ist es natürlich dann schon wichtig, ne. Ja, aber ich finde, sie ist trotzdem halt richtig cool geworden. Ähm, aber wie gesagt, also die meisten Sachen haben halt eben nicht zu denen gepasst, was ich halt wollte. Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Aber, ja, ich glaube, letztes Mal habe ich das auch schon mal versucht mit denen, dass es dann so ein bisschen eisprinzessinmäßig ist. Das würde mich auch interessieren. Ich habe jetzt keine Lust mehr, mein eigenes Video von vor fünf Jahren anzugucken. Aber, solltet ihr euch das angucken, könnt ihr ja mal sehen, ähm, ob meine Ideen vielleicht teilweise ein bisschen ähnlich sind, wie ich die Sims gestalten wollte oder gestaltet habe. Weil, ähm, kann ja sein, dass dieser Grundgedanke vielleicht eben, wie gesagt, ähnlich ist. Also, dass das gar nicht so, ja, dass ich mir gar nichts Neues gedacht habe, sondern dass es halt einfach, ähm, ja, quasi mehr oder minder dieselben Gedanken sind, die noch irgendwo abgespeichert sind, aber halt eben nicht bewusst. Weiß man jetzt nicht. Wäre auch irgendwie ein bisschen witzig, bin ich ehrlich. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht, dass man genau dasselbe tut, wie vor ein paar Jahren, ohne das zu wissen vielleicht auch? I don't know. Weil manchmal, wenn ich ein Spiel spiele, denke ich mir so, ha, irgendwie in der Form, habe ich so dann irgendwie ein bisschen Déjà-vu und dann denke ich mir so, hm, vielleicht habe ich genau diesen Spielstil genau so schon mal gefahren. I don't know. Aber, ähm, muss ja nichts Schlechtes sein, ne? Ich meine, letztendlich ist man ja immer noch dieselbe Person. Man entwickelt sich ja nur weiter. Aber dieser Grundtyp, ja, der bleibt ja dann irgendwie irgendwann gefestigt. Wir sind hier heute richtig deep unterwegs, ja. Also, deeper auf jeden Fall als in meinen Desplays, wo es einfach nur darum geht, dass ich die ganze Zeit, oh mein Gott, ist das süß und oh mein Gott, ist das cool und toll und ich liebe euch alle. Also, ich finde es auch ein bisschen, also es ist auch ein Vibe, bin ich ehrlich. Also, ich bin grundsätzlich auch relativ zufrieden mit meinen Videos mittlerweile, auch mit meinen Thumbnaids. Auch wenn es manchmal ein bisschen Pain ist, das Ganze zu erstellen und so, aber, ja, also grundsätzlich. Also, ich finde, man sieht auf jeden Fall, dass ich mich weiterentwickelt habe. Und das ist ja das, was man sich wünscht, wenn man halt so Content macht und so. Und I love it. So, bei Lila war ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, was ich halt unbedingt machen wollen würde. Ich habe mich einfach ein bisschen darauf eingelassen, was mir so halt dann eben angezeigt wurde, ne. Vor allem, wir haben ja gar keine richtigen lila Haare. Das ist ja, finde ich, trotzdem noch eher so ein Pink, mit so einem lila Stich halt. Aber, ja, ich habe halt auch keine CC Haare, wo das dann irgendwie lila wird. Deswegen habe ich dann halt gesagt, okay, dann nehmen wir halt dieses komische, also nicht komisch, es ist schon schön, dieses Pink halt eben. Das ist ja auch die Farbe, die eben Sky und Moon als Haarfarbe hatten, soweit ich weiß. Also, es müsste zumindest die sein, weil dieses andere Pink ist ja so ein leuchtendes Pink. Und, ähm, die müssen ja dann diese Farbe gehabt haben, was auch ja ein bisschen wild war. Aber das ist ja auch wieder abgelegt aus den Genen. Ähm, ja. Aber wir hatten auf jeden Fall schon mal Zins mit dieser Haarfarbe. Wir hatten, glaube ich, mittlerweile fast so ziemlich jede Farbe Haarfarbe, würde ich behaupten. Also, auch die bunten Farben haben wir hier und da schon immer mal wieder gehabt. Und, finde ich halt auch sehr, sehr cool, ehrlich gesagt. Ja, am Samstag kommt wieder Lucky Legacy tatsächlich. Ich freue mich schon, weil, ja, das ist ja dann das erste Mal mit zusammenwachsen. Und ich bin gespannt, ob dann halt dadurch halt noch mehr Chaos passiert oder ob es dann vielleicht auch einfach mal ein bisschen schön wird. Es bleibt spannend, ja. Also, entweder wird das richtig getan oder es wird einfach alles nur noch schlimmer. Aber, was haltet ihr davon, Leute? Ich weiß ja nicht. Ja, ich finde sie übrigens auch richtig cool geworden. Obwohl ich gar keinen Plan hatte, wo ich mit ihr hingehe. Aber, I love it a lot. So, und damit sind wir dann auch schon durch wieder. Ach, es geht immer so schnell mit euch hier. Ja, vor allem, ich fange mal an zu reden und dann, ja, auf einmal ist es vorbei. So. Und ich habe schon wieder vergessen, worüber habe ich eigentlich geredet. Ich weiß es nicht. Also, ich kann es euch nicht mehr sagen. Aber, wenn ihr irgendwelche Gedanken habt zu dem, was ich so erzählt habe, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Sagt mir auf jeden Fall, welche Farbe euch am besten gefällt von meinen Regenbogen Sims. Wenn ich jetzt persönlich spontan sagen müsste, wen ich am meisten mag. Ich glaube, ich würde Orange nehmen, weil das halt schon eine sehr süße Mausi ist. Aber ich finde, wie gesagt, trotzdem alle sehr, sehr cool. Und ich mag, dass die halt alle unterschiedlich sind. Und ja, ich beende dann jetzt den Part an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und Tschüss. 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 Tschüss.